Selbst der größte Weihnachtsmuffel kommt um Geschenke nicht rum. Und Nachhaltigkeit ist meistens fehl am Platz. Diese Box hier ist anders. Ihr sollt ja gar nichts kaufen. Nur zuhören und nachdenken. Jeder von uns trinkt täglich 2-3 Liter. Logisch. Oft zerrt man dafür aber Dutzende PET-Flaschen nach Hause. Ohne nachzudenken, wie extrem viel Logistik und CO2-Ausstoß dahinter steckt. Man checkt vielleicht maximal die Inhaltsstoffe. Bei Juicebox stimmen allerdings die Inhaltsstoffe und die Umweltbilanz. 90% weniger CO2-Ausstoß und die Intensität des Geschmacks kann man selbst bestimmen. Kommt bis zur Haustüre und ersetzt pro Box 44 PET-Flaschen. Die Light-Version sogar noch mehr. Also, man könnte dieses Jahr den üblichen Müll verschenken. Oder eine Schachtel Nachhaltigkeit mit viel Geschmack.